Hello everyone, welcome to Learn German. In our June special, we will be bringing you two podcasts every week on various topics. For the transcript of this podcast and a free worksheet, you can refer to the links in the description. So, let's begin. Unser heutiges Thema ist von zu Hause arbeiten. Dieses Video ist für B1 Plus Lerne. Von zu Hause arbeiten. Im Deutschen gibt es dafür ein englisches Wort, Homeoffice. Das Wort hat im Deutschen zwei Bedeutungen. Einerseits ist damit der Arbeitsplatz gemeint, andererseits der Arbeitsmodus. In der Alltagssprache, wer im Homeoffice arbeitet, der arbeitet von zu Hause aus, mit seinem Laptop und Smartphone. Man macht Homeoffice, auch wenn man nur einen Tag pro Woche zu Hause arbeitet und an den anderen Tagen ins Büro geht. Homeoffice ist in der Corona-Krise für viele zur täglichen Realität geworden. Manche sehen vor allem die Vorteile darin. Gerade für Pendler sind die Zeitersparnis und die ersparten Fahrtkosten wichtige Homeoffice-Vorteile. Dadurch sparen Arbeitnehmer nicht nur viel Zeit, sondern auch Geld. Das ist natürlich auch gut für die Umwelt. Für die Firma kostet es auch weniger, wenn die Mitarbeiter mobil arbeiten. Sie brauchen weniger Platz, zahlt also weniger Miete, weniger Geld für Büromöbel etc. Ein weiterer Vorteil ist mehr Flexibilität. Die Heimarbeit geht häufig mit flexiblen Arbeitszeiten und der Möglichkeit, sich einen Arbeitstag selbst einzuteilen. Für einige Menschen ist es auch leichter, im Homeoffice Familie und Beruf zu verbinden, die Mittagspause mit der Familie zu genießen oder schnell noch ein paar Besorgungen zu machen. Homeoffice hat auch den Vorteil, dass manche Menschen im Homeoffice produktiver sind. Man kann sich ohne Ablenkung auf die Arbeit konzentrieren und die Produktivität steigern. Manche Mitarbeiter sind zufriedener mit ihrem Job, wenn sie im Homeoffice arbeiten. Aber es gibt natürlich auch Nachteile. Ein Nachteil ist, dass man immer erreichbar ist. Und das kann dazu führen, dass erwartet wird, dass man auch wirklich die ganze Zeit zu erreichen ist, auch außerhalb seiner Arbeitszeiten. Die Grenzen zwischen Beruf und Alltag verschwimmen immer mehr und Überstunden sind oft vorprogrammiert. Aus diesem Grund ist es wichtig, auch im Homeoffice die Arbeitszeiten immer im Blick zu haben. Im Homeoffice bewegen sich die Beschäftigten weniger. Daher gibt es häufigere Rückenbeschwerden und Probleme wie Übergewicht und Diabetes. Eine nachteilige Folge ist, dass die Arbeit von zu Hause aus nicht immer einfach ist. Man muss seinen Arbeitstag selbst organisieren und zeitlich einteilen. Wer im Homeoffice arbeitet, braucht in jedem Fall ein hohes Maß an Selbstdisziplin und ein gutes Zeitmanagement, um konzentriert arbeiten zu können. Außerdem fühlt man sich sozial isoliert. Es ist nicht einfach, Arbeit und Privatleben zu drinnen und eine gesunde Work-Life-Balance zu behalten. Die Arbeit im Homeoffice hält sowohl Vorteile als auch Nachteile bereit und ist nicht für jeden Arbeitnehmer gleich gut geeignet. Wenn man die Wahl hat, ist eine gute Mischung ideal. Danke! Thanks for watching this video. If you liked this video, do give it a thumbs up and share it with your friends. Don't forget to subscribe to the channel if you still haven't. You can click on the bell to receive notifications whenever we upload a new video. If you have any comments or questions, you can leave them in the comment section below. Tschüss! Auf Wiedersehen!